Nachdem mein Sohn seine Interpretation von Thomas Müller gemalt hat, beginne ich ihn auch zu zeichnen. Ich habe mit den Augen angefangen, dann habe ich die Augenbrauen gemacht, dann die Nase. Und natürlich darf ein fetter Grinsen nicht fehlen. Das Ganze sollte wie eine Karikatur aussehen, dann habe ich noch die Haare gemacht, noch die Ohren und dann der King. Und folge uns gerne für mehr auf Instagram.